So Freunde der GfK Teile die leicht und teilweise nicht so leicht anzubauen sind. Heute mal vom Hauptquartier in Kindelbrück. Also wenn ihr nicht nur den Flyer sehen wollt, sondern auch mal die Teile in live angucken wollt und anfassen und anprobieren. Könnt natürlich immer gerne vorbeikommen in Kindelbrück im Laden. Es sind immer alle Teile vorrätig. Einfach vorher anrufen und dann geht's los.